Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal der Scorby Plays. Freunde, ich wollte gestern mit Anton einfach ein bisschen Black Ops 2 spielen und dann bin ich einfach im Jahr 2019 gederankt worden. Also bin ich wieder zurückgesetzt worden, einfach so what the hell. Ich meine, wer setzt sich wirklich noch hin in Black Ops 2 und derankt Leute? Deswegen dachten Anton und ich, wir fanden es ganz lustig, weil wir irgendwie auch jetzt einen grünen und einen roten Gamertag hatten. Warum auch immer, er wurde nämlich Prestigemaster gemacht, ich wurde gederankt, das ist mal wieder so lächerlich, aber egal. Haben wir einfach ein lustiges Waffenspiel 1v1 gemacht. Ich dachte im Übrigen, die Waffenreihenfolge ist zufällig, war sie dann aber gar nicht, weil es gab nur so drei Playliste. Aber es ist trotzdem ganz lustig geworden, wir haben natürlich absolut getryhardt, zwei Runden untereinander. Die besten Szenen werdet ihr gleich sehen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Let's go. Kurz eine Frage, hast du auch B23 als erstes bekommen? Mhm. Okay, bist du ready? Was machst du, Digga? Was frisst du? Ich bin ready. So Leute, los geht's hier mit zufälligen Waffen, Waffenspiel, während ich natürlich, kann es euch gerne nochmal zeigen, Gederankt bin, beste Leben einfach, richtig geil. Digga, wir sagen, wir machen auch Spaß, Digga, wir machen das schon wieder komplett ernst. Was machst du, Digga? Ah, die Backshot-Strategie. Das ist aber die gleiche Waffenreihenfolge. Ich wollte dich unter der Dings anschießen. Das kapiert sich jetzt sowas. Oh, Digga, ja, deine Waffe. Warte mal, das ist aber echt weird, Digga. Was? Was? Einfach zwei Schüsse überlebt. Ich habe einfach auf Zufall gemacht. Wieso kommen trotzdem die Waffen nicht zufällig? Ah, Digga. Ach, Digga, ist doch lächerlich. Ja, gegen Executioner, wow. Weißt du, was danach kommt? Ich kann es dir sagen. Die Schatzkampf. Wie kannst du das überlebt haben? Was? Hä? Achso, du bist über mir. Du hast mich komplett getrollt. Digga, was ist das? Oh, Marcel, Alter. Ich kenne doch die Spots. Wenn man es schlau spielt, kann man, glaube ich, so locker zwölf, eins oder so ein Führung gehen jetzt. Ja, okay, aber du hast ja noch nicht die Waffen, mit denen du Invalide bist, weißt du? Das kommt ja noch. Mann. Jetzt habe ich eine gute Chance. Wie er in Hetzlisch gibt. Ah! Den darf ich eigentlich nicht verlieren, den Gunfight. Siehst du, weil du kannst mich nicht mehr anschießen von da, oder? Aber du doch auch nicht, Digga, wohl der NSC hast. Ach komm, was soll ich da machen, Digga. Oh. Was? Was? Oh, ich bin so geflogen. So wie Oli Khan 2001, mal im Elfmeterschießen. Oh, ich bin so geflogen. Was hast du für ein Aim damit, Digga? What the hell? Es geht mir absolut nicht mehr um den Spaß, Digga. Es geht komplett im Ernst. Oh, Digga. Okay. Oh, fuck, ey. Das ist, ich würde aber bestrafen, meine Spielpreise. Ja, okay, da kann man halt nichts machen mit den G-Com. Kommt, M8. Uff, du hast mich da geholt, fast. Hast du M8? Ja. Ja. Ja, okay. Nachleidebox. Wie du dann burstest, Digga. Voll auch Hoffnung. Ah, nein. Ich bin zurückgesetzt. Wirklich? Haha. Ah, ich wusste du das nochmal challengen. Wow. Hast du schon mal eine MMS verschickt? Weißt du, was es ist, eine MMS? Ähm, so Bilder per SMS, ne? Ja, ja, früher, genau. Ah, wie geil, wird schwarz, gut, Digga. Ja, damals habe ich halt die Girls nicht über InstaDirect angeschrieben, sondern ICQ, MSN und halt, wenn es mal ganz harte Zeiten gab, auch MMS. Oh, zerstört. Aber ich wusste, dass du das sponsern. Das war gerade ein riesiger Reflex. Ich hole dich mit M8. Du hast eh keine Schuld. Okay. Digga, du ist gastisch und die ganze Zeit, Mann. Ja, Digga, was soll ich denn machen, Alter? Das ist ein unfaires Duell, Alter. Ich schwitz schon, ich schwitz gerade zu viel, Digga. Och, nein, ich hatte dich fast. Ah, jetzt weiß ich, warum du so rumgeschossen hast, weil man die Mini-Mail nicht mehr richtig im Griff hat, wenn man... Was, wie lebst du noch? Oh, mein Alter. Was? Nein, ich hatte noch eine Kugel-Magazin-Fahrt. Zeitung getallengt. Was? Nein, ich hatte dich... Jawohl. Boah, Digga, das war brutal. Check-Shot? Mann. Nein, ich hatte dich so im Harz-Kopf wie sie eigentlich. Ich weiß doch, dass du da bist, Mann. Wieso habe ich dich nicht getroffen? Sie sind geistig behindert. Du musst wirklich so diese ganzen Spots jetzt ausnutzen, ey. Jo, alles klar. Oh, da ist Wasser-Skorkin. Oui. Ja, aber... Wolle dich mal damit, Digga, los. Du hast richtig Angst, Digga. Was? Loyal-One-Hit sogar. Digga, wie schnell lädt man die denn nach, Alter? Ich mein's ernst. Was ist das Skorkin? Ich komm eh noch dran, Digga. Nein, ich dachte, ich war Armbrust. Nein, Digga, er geht's. Oh, komm, also vorweg. Natürlich. Hitmarker. Nein, ich wusste, du kriegst mich da. Ich war so dumm, ich war so dumm von mir. Okay, shit. Ist nicht gut, Digga. Du hast jetzt was? Ballistik-Messer, ne? Ballistik-Waffe. Okay. Digga, hä? Von wo schießt du? Ich hör das nicht, Digga. Hä? Du hast nur diese Pfeile, die sich einfach rechließt. Digga, das ist auch noch mal gruselig. Junge. Das Ding ist, ich hab die schlimmste Waffe, um das abzuwehren, Anton. Wo bist du, Junge? Fuck, Digga. Ja, aber... Ich hab sie nur gederankt. Ja, okay, okay. Ah, traust du dich nicht zu schießen? Ah, Digga, das ist so unfair. Ich glaub, ich geb' nen Hitmarker mit TSR, Digga, nen Hitmarker, was? Digga, das ist so unfair. Nein. Digga, Anton, das ist so kritisch, Mann. Anton, es ist lächerlich. Es ist so lächerlich, da sind alle drauf, Mann. Digga, das ist... Ich fühl mich... Nein! 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 Alter, ich fühl mich grad wie in so'n S&D-One-on-One. Digga, das ist so lächerlich. Es ist... Hab ich dir wieder Hitmarker gegeben? Ja, ja, ja. Es ist halt so le... Ohne Witz. Ich kann mich da nicht zeigen. Nein! Mann, Digga, das ist das Spannendste, was ich hier gemacht hab auf YouTube. Ich spiel ja auch ein bisschen mit dir, Digga. Ah, fuck. Ich mein's ernst, ne? Auf der Sniper hängen zu bleiben, ist das Schlimmste, was passieren kann. Machen wir einen Rematch? So, Freund, es gibt noch nur einen Rematch. Wir machen einen Nahkampf. So. Boah, kann man natürlich nichts machen. Gegen den Schwägerfinger eines... ...Marsel's Lipskorpions. Wow. So easy. Jetzt kannst du eh nichts mehr machen mit der Waffe. Ich spiel aber echt jetzt. Ich muss jetzt mal ein bisschen erraschen. Denken alle, ich campe, Digga. Jamst ja auch. Ich hör dich so richtig laut. Ich hab noch nie einen Spieler so laut gehört. Du hast mich ganz so heftig editiert, Digga. Ich dachte, 100%ig, du bist oben. Boah, Mann. Was? Digga, das war so lächerlich. Ich mein's ernst. Das war so krank lächerlich. Oh, Digga. Das ist so krank. Richtig die Warbang-Move, Digga. Digga. Aha. Oh, die Waffe wird dir richtig schmecken. Dir richtig schmecken. Ich wusste, dass dein Kopf da jetzt um die Ecke guckt, Digga. Das war genau. Ach, du war angetäuscht oder was? Niemals antäuschen, Digga. Digga, ich bin wieder bei der behindertsten Waffe hängen geblieben. Ich mein's ernst. Das ist so ein Pech. Digga, das ist so ein Pech. Das zweite Mal in Tannan, da bleib ich auf so ner Dreckswaffe hängen. Nein, ich hab sogar geprefired, Digga. Ja, ich weiß. Das war eine Hinrichtung. Aha. Was? Raming 2? Ja, das ist so lächerlich. Zwei Hits, Mann. Boah, das war so im Flug. Ich hab dich so laut gehört, Digga. Ich hör dich irgendwie auch. Was? Wie viel Leben hast du noch, Digga? Was nah hast du? Äh, es ist die Kicke mal anschauen. Ich war dich lächerlich. Boah. Hey, was hast du für ne Waffe? Tja, Digga. Ich hab die, ich hab die, ähm... Raygun, Digga. Alles klar. Digga, ich challenge by the way jeden Gunfighter und du stehst da immer, Digga. Jedes Mal. Siehst du, wenn du challenge, dann hole ich dich, Digga. Könnte gerne 1-1 machen, wenn du willst. Oho. Nein. Aha, nein. Gut, schweil. Hä, lol, Digga. Wieso bin ich so dumm? Okay, 110 zu 140. Ist noch möglich, Digga, weil du wild bist. Ah, bist du ja oben, Digga. Och, komm. Ich, ich hab geprefeiert und du, ich hab aufgehört, als du gekommen bist, weil ich nicht dachte, dass du noch gekommen bist. Boah, jetzt hab ich ne unfaire Waffe, Bro. Du, wenn du mich jetzt wohlst, wäre schon... Digga, ach, natürlich. Mein Ton ist auch ein Schiff. Haha. Kriegsmaschine, Digga. Oho. Was? Direct Impact, Bro. Oh mein Gott, hab ich dich weggenommen? Das musst du angucken, Digga. Das war alles schön. Das war so heftig, Digga. Das war einer der heftigsten Kills, die ich je gemacht habe. Hab ich mal ins Ernst? Nein. Was? Ey, Digga, du hast immer so ein Glück. Das ist so krank. Ach, komm, ich stehe da auch noch. Digga, das ist so lächerlich. Ich mein ins Ernst. Hör auf jetzt! Mann! Nein! Ja, ich bin zurückgesetzt, Digga. Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Ach, komm, Digga. Ja, Bro, ich bin der schlechteste Robin Hood Schuss, der da ist. Ja, komm. Das hab ich auch am Bus. Ich geb dir den ersten Schuss, den ich abgebe. Ja. Ja. Moin. Moin. Ich darf nicht verlieren, Digga. Boa, der war Der war so heftig, Digga. Oh Gott, das war so schlecht von mir, ich bin so schlecht, da bist du auch so schlecht darin Ja, ich würde dir so einen geilen Shot geben, Digga Digga, ich habe dir einen Sheikaufschluss gegeben, das war wirklich... Oh mein Gott, das war so knapp Was? Junge, was machst du denn, du Ehrenloser? Junge Ich wollte gerade weg, Digga Guck mal, wie du da legst, wie so ein Hühnchen, Alter Okay, Leute, lasst ein Like da, danke für das Video, danke, dass ich gedrankt von Level 9 bin Haut rein, lasst ein Like da an alle 20.000, die zugeschaut haben, bis dann und tschau tschau